Alter, hier brennt alles, Perry, Mann. Apokalypse. Holy shit, was ist das? Wow! Hier sind die Zombies gestorben. Cheetah, Perry. Guck mal, wie viele gestorben sind. Cheetah. Wow! Wo, wo, wo? Ich sehe die Explosion nicht. Alle sterben, außer wir. Ich bleib eingeloggt, Mann. No risk, no fun. Boah, dahint explodiert was. Atelieranschlag. Sie bläst, Sazoki, konnschene, mutake jubane. Ja, die Juristen mit ihnen wieder. Oh, no, 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 no. Oh, Perry, geil, Mann. Was ist das für ein Blödsinn, Sucka? Ja, blädsinn, ich bin ein Blödsinn. Admin, 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 Admin. Ein paar Leute am Admin bannen. Aschi, Jake, Daddy. Nee, they're not responding. Aschi ist gebann von... Aschi? War das Aschi? Auf jeden Fall sind die Explosionen weg. Perry, drüben ist, glaube ich, immer noch jemand. Wo drüben? Holy shit. Ähm, Krankenhaus. Auf der anderen Seite, da sind Krankenhaus-Zombies. Da läuft was. Wo? Auf der anderen Seite. Dealer, mit Waffe. Wohin, wohin? Da läuft er jetzt für sogar. Oh, auf der anderen Seite, Richtung Krankenhaus. Treffer? Rechts, links. Ist tot. Sahne-Tötchen. Muss mal nicht nur sagen, der auf deiner Seite, sondern so. Rechts, links, vorm Krankenhaus. Ja, am Südeingang war der. Also vorm Südeingang, durch so Feuerball. Zu dir laufen Zombies? Südbaracke, hab ich auch Schiss. Ey, was... Ja, hab ich auch gehört. Was sind das? Was ist denn das für ein Militärgebiet in der Mitte auf dem Rf hier? Weiß nicht, jetzt ist es neu. Es müsste immer noch einer gegenüber sein, Perry. Aufpassen. Ich sehe leider nichts, ne? Weil ich halt... Langt von dem Krankenhaus ging, Eber. Rechts vom Krankenhaus nämlich extrem... Mila, von Südbaracke aus. Okay. Wohin? Äh, der rentliche Südeingang. Link, äh... Sü... Oh Gott, da ist ein Zombie. Ist ein Rocker. Perry, äh... Von unserer Waldseite aus, Richtung Südbaracke, läuft ein Spieler. Der ist jetzt in der, ähm... Wenn ich zu dir gucke, ne? Genau hinter dir, von meiner Sicht aus, da ist eine Baracke am Ende des Airfields. Da ist einer gerade reingelaufen. War unbewaffnet. Taliban-Kostüm. Taliban-Kostüm unbewaffnet. Wie sehen. Ich kann da nicht hingucken, ich guck... An die Seite. Jo. Find the supply crate near. Hast du nicht gesehen. Oh Mann. Was hat der Aschi da gemacht? Hat der einfach so... einen Atelieranschlag gemacht oder so? Der Typ kriecht jetzt. Hier ist auch einer. Hier ist auch einer. Oh, ich wackel zu sehr vom hin und her laufen. Ab ihn. Krieg Zombie. Einer crossed, ähm... Dichtung in das Industrial-Gebiet. Ja, ich muss jetzt hier runterkriefern. Ich hab keine Badage. Weil ich seh halt nix, weil ich ins Licht gucke, ne? Ist ein Industrial-Gebiet auf der anderen Seite. Ich hab in die Lampen geguckt. Da geht die ganze Sicht weg. Ich hasse es nachzuspielen. Kann das nicht stark werden? Please ride. Day. Ich geh mal auf die Schule. Okay. Ich töte Zombies. Ich hab keine Wahl. Ich hab leider keine Pistole. Ja, ich auch nicht. Musst du sie auch mit der F24 töten. Oh, ich blute. Wie auch immer, ich blute. Aber ich blute. Ich verbinde mich mal. Oh, lol. Ah, doch, der hat auch eine Bumperung. Ich, ich wollte schon sagen, ich dachte, ich will unsterblich. Ich wollte gerade testen, vom Gebäude runter zu springen, ob der eine Cheater uns unsterblich gemacht hat. Ja, ich glaub, das war kein Cheater aus dem Stream. Also, das war, glaub ich, ein random Cheater auf dem Server. Das war kein Stream-Zuschau. Auf, äh, auf dem Industrial-Gebäude. Auf der Nordseite. Da ist ein Typ. Ich weiß aber nicht, der hatte eine Waffe. Ich mein, war aber Antinakau oder sowas. Und immer noch einer irgendwo im Krankenhaus. Ich schätze, das ist im Krankenhaus drin. Zwei, vier, fünf Krankenhaus-Zombies. Ich kann da nicht hingucken. Der Bildschirm wird halt instant schwarz. Die Krankenhaus-Zombies gehen Richtung Feuerwehr. Vielleicht sind sie doch von mir. Wow. Das war jetzt nicht so gewollt. Was bei mir alles voller Zombies sei. Jo, es geht wieder los. Wow, 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 wow. Nein, mein Gebäude ist eingestürzt. Oh, ich hab überlebt, ich hab überlebt, ich hab überlebt. Schnell weg hier. Holy shit. Ich bin tot. Das Schwein. Oh, ich weiß nicht, wie ich das überlebt hab. Wo geh ich jetzt hin? Oh shit, Alter. Du bist tot? Ja, ich bin tot. Alter. Nukes on us. Smart Shakes. Holy shit. Alter, ich hab eine Atombombe überlebt. Hä, der hat alle Gebäude hier kaputt gemacht. Nee, nicht alle. Aber wo kann ich denn hin? Ich weiß, da hinten war noch ein Gebäude. Mann, der hat alle Gebäude kaputt gemacht, wo ich irgendwie drauf wollte. Alter. Alter. Anikyel. Delivery has been hijacked by Otlaus. Holy shit, ey. Alter, ich hab's überlebt. Ich bin im Gebäude eingebrochen. Gestorben. Ich trau. Ich laufe da vorne ins Gebäude. Ich hoffe, da der Typ fängt... Nee, das wär dumm, ne? Der Typ könnte mich abfangen. Ich hab's überlebt. Oh, Junge, wenn Russen versuchen, irgendwie so englische Wörter in Russisch zu übersetzen, so. Ich hoffe, da vorne ist keiner. Es sind sechs Leute oder so beim Nuke gestorben. Ich würde gerne aufs Krankenhaus, aber da bist du ja richtig ungedeckt. Ich gehe auf die Feuerwehr, Perry. Ich gehe auf die Feuerwehr. Ich habe mich entschieden. Ich gehe auf die Feuerwehr. Weil da habe ich zu wenig einen Blick da unten. Holy shit, ey. Betonprojektile. Kleine, keine Explosionen. Alter, jetzt werde ich hart... Hä, was ist denn... Was ist denn hier los? Alter, ich werde richtig hart genug. Ja. Sahnetort ist gestorben. Adrian... Adrian killed himself. Adrian, der Cheetah oder was? Lol. Alter, hier stirbt einfach alles. Alter, hier brennt alles, Perry, Mann. Apokalypse. Holy shit, was ist das? Waaaaaah! Perry, holy shit. Guck dir das mal im Stream an, was da passiert ist. угamanis, bl***, Churkies. Churkies, schluck, slyshh ich? Alter, die du es nicht... Die geräusche, bl***, an'e. Who is there now... All the reports are out, Nick? Nick, who is here? Nick, tell me. Do you want to mom's, don't you? Admin, Nick? Ich kann fire. Nein, nein, Perry, ich habe Shane bekommen. Irgendwas wieder passiert. Nein, ich habe keinen Sound mehr, Perry! Oh, was ist denn? Alter, ich glaube, ich habe ein No-Life, also so ein... Hä? Ich glaube, das ist Fingstichor, der mich trollt oder so. Alter, guck dir das mal an, das ist eine Zombie-Apokalypse. Holy shit. Oh, das ist was... Alter, guck dir das mal an, wie geil... Alter, wie geil das aussieht, mal ehrlich, ne? Hier, fuck halt einfach alles ab. Ja. Du hast ihn gefragt, wie man so einen Server crashen kann. Alter, Junge, ich gehe kaputt, guck dir das mal an. Du solltest mit deinen Wünschen vorsichtig sein, Bokal. Hat man dann Skripte, ASD, ASD. Alter, da explodiert alles, mann, Perry. Holy shit. Ey, ich habe sowas noch nicht gesehen. Es explodiert einfach alles, Perry. Mal gucken, ob ich lebenswidrig habe. Aber, ich habe Leben verloren. Ja, ich glaube, der wird gebannt. Also, es wird jetzt wieder einer gebannt. Alter, der explodiert immer noch. Ich höre Explosion... Ich höre alles, mann. Es ist... Das Airfield ist broken. Aber so sieht das Airfield geil aus, mit den kaputten Häusern und so. Holy shit. Ich brauche einen Bloodpick oder so, damit ich wieder ein bisschen mehr höre. Du musst mich mal gleich anschießen. Ich würde wissen, ob ich einen No-Life-Haker habe. Aber ich habe eben geblutet und Leben verloren. Hier schießt einer. Bist du das, Perry? Nein, nein. Hier schießt einer. Fuck you, Edmund shit. Ja, das... Perry, hier geht das mit Rüste und schießt. Dann war der die ganze... Dann war der die ganze Zeit auf dem Dach. Bandeu, Bandeu. Das ist okay, ja. Ich habe ihn getötet. Ich blute aber. War die Mika. War das... Oh shit. Nein, ich bin nicht unsterblich. Ich habe Beinbruch, ich habe Leben verloren, alles. Ich habe da nebengeschossen, das Reflex. No rest... Wie? Ich habe den Platz gemacht. Wie? No Message Received. Das... Nein! Hat der Admini-Server nur gestartet. Oh. Mann. Mh... Die gemachte Admin das. Hat er gesehen? Oh, Junge. Nix, Gottmord, Leute. Ich habe kein Gottmord gehabt. Ihr habt gesehen, ich habe kein Gottmord gehabt. Ich habe es per Glück überlebt. Ich habe es per Glück überlebt, Mann. Ich habe kein Gottmord. Ja, ich hatte ja auch... Ich habe es ja auch erst überlebt gehabt und dann bin ich gestorben. Ja, das ist, glaube ich, Zufall, ob man überlebt oder nicht, weil jeder... Es sind immer nur sechs Leute gestorben. Es sind immer nur sechs Leute gestorben oder so. Holy shit. Wow, Mann. Aber das war richtig geil anzusehen. Holy shit, wie da auf einmal alles explodiert. So muss aber jeder Overpock-Server sein, weil so reinigen... Äh, reinigen sich diese AFK-Fahrzeuge, weil die sind ja abgesperrt. Das macht keinen Sinn, dass Fahrzeuge abgesperrt. Ich weiß nicht, welcher Idiot sich bei Overpock ausgedacht hat oder bei Epoch, dass man Fahrzeuge absperren kann, Mann. Was ist denn das?